Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Path of Titans. Heute spielen wir den Spinosaurus und ich habe mich für die Variante mit plus fünf Prozent Panzerung entschieden. Und da sind wir auch schon gespawnt direkt an einem kleinen Gewässer. Das ist ja das Gute an dem Spino. Der kann gut an Land und auch gut im Wasser. Und wir können auch tauchen. Also um Nahrung müssen wir uns glaube ich keine Sorgen machen, weil wir können einfach Fisch fangen mit dem. Ich muss echt sagen, der schwimmt schneller als ich dachte. Ich dachte, der wäre ein bisschen träger. Ich glaube an Land ist es auch voll okay. Ist halt wahrscheinlich so schnell wie ein T-Rex ungefähr. Na gut, ist jetzt gerade noch ein Baby, ne? Da kann man das halt schlecht einschätzen, wie er dann als Erwachsener ist. Aber fühlt sich jetzt erstmal gar nicht so unbeweglich an, wie ich dachte. Bis jetzt fühlt er sich echt gut an. Ich habe übrigens jetzt auch schon neue Attacken gelernt. Ich kann jetzt einmal zubeißen. Ist ja so ganz normal, die Standardattacke. Dann habe ich einen Clownangriff. Das ist halt für kleinere Saurier, die unter uns laufen. Dann habe ich einen Schweifhieb. Da können wir nur nach hinten ausschlagen mit. Und einen Stampfer. Macht einfach Flächenschaden um uns rum. Ich glaube, das sind schon sehr, sehr gute Attacken. Aber mein Ziel ist tatsächlich, in das grüne Tal zu gehen. Oh nein, da vorne ist ein EO-Triceratops. Der könnte uns auf jeden Fall K.O. machen, glaube ich, weil ich bin noch nicht ganz ausgewachsen. Deswegen sprinte ich mal jetzt lieber ins Wasser. Wenn ich ganz ausgewachsen wäre, würde ich vielleicht gegen ihn kämpfen. Aber ist, glaube ich, trotzdem schwierig. Weil wenn man den von vorne bekämpft, ist halt immer nicht so gut. Der ist, glaube ich, sehr gepanzert vorne und wir eben nicht. Oh, da ist richtig was los. Weiß nicht, ob wir das zu unserem Revier hier machen können. Na, schwierig. Aber ich gehe jetzt erstmal ins Wasser. Da ist der EO-Triceratops, den ich meinte. Ah, wir haben es geschafft. Wir sind endlich hier angekommen. Oh, hier kann man richtig tief tauchen. Wir müssen gleich nochmal kurz ans Land, weil wir jetzt trinken müssen unbedingt. Fressen müssen wir auch gleich eine Kleinigkeit. Ich bin jetzt gleich ganz ausgewachsen. Und ich habe übrigens einen neuen Skin. Ich bin nicht so ganz zufrieden mit dem Skin, aber ich hatte leider nicht mehr Coins für den anderen. Oh, hier kommt was. Da. Oh. Ein Anki. Da wird uns die Knochen brechen. Wir müssen rennen. Aber das ist ein Baby-Anki, oder? Der macht nicht so viel Schaden. Oh, da bricht uns die Knochen jetzt. Ja, hat er geschafft. Er rennt weg. Der will flüchten. Den holen wir uns gleich. Ich glaube, da werde ich nicht hinterherkommen. Aber der hat mir kaum Schaden gemacht, zum Glück. Ich habe nochmal meinen Skin gewechselt. Jetzt bin ich auch zufrieden. Den finde ich viel, viel besser. Aber leider habe ich jetzt noch keine Spieler hier mehr getroffen. Ich bin schon wieder weg von dem zweiten See, wo ich hin wollte. Und bin weiter auf der Suche. Aber keine Ahnung. Manchmal ist hier echt tote Hose überall. Außer halt an diesen Hotspots. Ach guck mal, hier sind Eo-Triceratops. Eine Mama mit Kind, so wie es aussieht. Ja, ich habe Angst vor den anderen da. Ich beobachte das erstmal ein bisschen. Wenn wir hier weiter weg gehen, dann würde ich angreifen. Ich hoffe, das Kind kommt auch gleich trinken. Das wäre super. Das ist halt nur die Mama, die die ganze Zeit trinkt. Die anderen sind sehr weit weg gerade. Ich weiß halt nicht, wie man am besten angreift mit dem. Weil man hat ja keinen aufladbaren Biss, mit dem man rauschargen kann. Ich überlege halt gerade, ob ich einfach rausschwimme und dann den Stampfer mache, um beide zu treffen. Oder soll ich beißen? Ich weiß es nicht. Ist aber sehr süß wie die Mama, dass die ganze Zeit schützt, ne? Immer schön mit dem Körper zwischen Wasser und dem Kind. Und die werden mich halt sehen, wenn ich auftauche, weil mein Segel so groß ist. Also, dem auf jeden Fall ein bisschen Zeit zu reagieren. Nicht so ein Überraschungsangriff wie beim Krog. Oh, das Baby trinkt, glaube ich. Okay, hat sie gut beschützt, das Baby. Gut gemacht. Mich schön weggebodyblockt. Du hast gewonnen. Sehr gut verteidigt. Ich hau ab. Zieh von dann. Bei Path of Titans habe ich so ein bisschen das Problem mit diesen großen, schwerfälligen Landsauriern. Dass man halt nicht so viel von der Map ablaufen kann. Dadurch findet man halt keine Dinosaurier, die einzeln sind. An diesen Hotspots wie dem Krater oder das Grüne Tal, da sind ja immer ganz viele. Aber die groupen dann auch. Wenn ich da jetzt wen angreife, dann groupen die alle und bekämpfen mich alle. Und das ist halt auch nicht das, was ich cool finde. Also, ich finde halt diese Kämpfe eins gegen eins oder zwei gegen eins, je nachdem, was für Saurier das halt sind, das finde ich halt wesentlich cooler. Und vielleicht werde ich gleich auch nochmal auf den Deathmatch-Server gehen und das ausprobieren. Ich weiß es nicht. Weil hier bin ich halt auch echt viel am rumlaufen und suchen und rumchillen und warten, bis dann überhaupt mal irgendeine interessante Dinosaurier-Begegnung kommt. Weil dieses die ganze Zeit an einem Ort Friede, Freude, Eierkuchen ist halt irgendwie nichts für mich. Hier jetzt ein Dinosaurier-Kampf, das wäre was. Aber ihr seid leider keine Menschenseele. Es gibt so viele schöne Orte auf dieser Karte, aber die sind alle unbelebt. Das ist halt echt Zufall, wenn man hier einen anderen Dino treffen sollte. Was macht der denn hier? Also den Attack jetzt auch nicht. Aber einen Wegstein darf man nicht attackieren. Mit den Crocs will ich mich tatsächlich nicht anlegen. Also alles, was so im Wasser ist, da will ich mich komplett raushalten. Das soll ja mein Rückzugsort bleiben. Nicht, dass ich hier mir jetzt mit allen verscherze und dann kann ich hier nicht mehr ins Wasser gehen. Das wäre ja total doof. Aber sowas da. Das würde ich angreifen. Das ist der Pygne-Nemo oder so heißt der, ne? Der Kano verschritt da. Verschritt, verschnitten. Greift jetzt das Croc an. So ein Assi. Ne, 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 ne. Alle wollen sich mit mir groupen hier. Ist nicht. Ich hab euch gewarnt. Ich hab euch gewarnt. Ja, das hast du davon. Ja, das hast du davon. Guck mal, das Croc ist auf meiner Seite. Siehste, wir Wasserbewohner müssen zusammenhalten. Ich bleib einfach mal mit dem anderen Spinos hier. Ich glaub, das ist ganz cool. Ich glaub nicht, dass die mich hier taggen, oder? Ich hoff's einfach mal. Wir Spinos müssen zusammenhalten. Guck mal, hier ist irgendwas. Im Busch. Ach, Megalania, okay. Den greif ich mal nicht an. Ach, mit Baby. Guck mal. Ach, ist das süß. Wieso sehen wir heute so viele Eltern mit Baby? Das ist ja super niedlich. Oh, der ist super angeschlagen. Aber ich werd den nicht finishen. Das wär ehrenlos. Ich glaub, der hat gegen die gekämpft da vorne. Kann das sein? Oha. Der blöde Vogel greift ihn an. Ach, kann ihm da, glaub ich, auch nicht groß helfen. Guck mal, der kommt auch. Wie frech. Spino lebt, oder? Ich hoff's. Das ist auch so ein typischer Krater. Wenn einer lowlife ist, stürzen sich immer alle drauf. Alle wollen einfach den Kill holen. Den Last Hit. Oh, da ist der Spino, der lowlife ist. Greif den an. Na, jetzt geht hier, glaub ich, richtig die Party ab. Greif den jetzt nochmal an da oben. Lauf gegen die Klippen in Panik. Das wär schön. Hau ab. Ja, der braucht unbedingt Food, glaub ich. Ja, das ist. Ja. Ja. Danke. Ja. 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 Na, ich wollte den anderen nicht schlagen, deswegen habe ich keinen Tail Whip gemacht. Boah, ist der nervig. Oh, ist das laut. Drei Schnatterliesen da oben. Meine Güte, sind die nervig. Oh, der Megalania greift den an. Nein, er ist down. Der Spino ist einfach down. Oh, der Suche ist auch jetzt so angeschlagen, so doll. Holy moly, was da passiert. Warum gehen die denn alle an Land, wenn die so low sind? Das verstehe ich nicht. Oh mein Gott, er hat ihn. Der Vogel hat ihn weggesnaked, ey. Die Schnatterliese. Na, ich muss mal Ausdauer tanken ein bisschen. Er will mich attacken, oder? Er will noch mehr fressen. Ja, den Konkarinat hat er erwischt. Den Vogel auch. Wunder. Oh, ich muss mich jetzt um, das ist ja das ist. War. 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 Oh, ich werde angegriffen. Na, du kleines Ding. Ich habe Pech gehabt, mein Kleiner. Nun greifst du mich auch an. So, jetzt kommt das finale Battle im Krater. Oh, das wird hart. Das sind Eo-Triceratopser, die sind echt stark. Ich glaube, das wird gleich eskalieren. Die beiden Spino-Freunde sind aber noch am Start. Die beiden da vor uns sind auch von Friendly gewesen. Also ich glaube, die werden auch auf unserer Seite kämpfen, hoffentlich. Oh, hier ist ein Weihnachtsbaum. Okay, aber ein sehr seltsamer. Oh, ich glaube, wir werden gleich angegriffen. Die Pflanzenfresser haben keinen Bock auf uns. Oh, oh. Das sind sehr, sehr viele. Er chargt auf mich. Komm schon. Den haben wir. Okay, wir müssen hier weg. Ich kann nicht mehr... Ah, Mist. Ich kann meinen Stampfer irgendwie nicht machen. Jetzt kann ich den Stampfer machen. Jetzt habe ich keinen Ausdauer mehr. Na, die Kleinen machen mich jetzt leider. Ja, okay. Aber irgendwann haben wir einen E-O-Triceratops bekommen. Ich habe dann danach tatsächlich auch noch einen Deathmatch-Server ausprobiert. Das war auch auf einer anderen Karte. Allerdings ist es da halt leider genauso. Also es artet halt sehr, sehr schnell in Kämpfe aus, wo sehr viel Mixpacking stattfindet und wo sich viele andere Spiele einmischen. Und ja, das ist ja aktuell auf den Servernunriegeln genauso. Also wenn andere Spieler in der Nähe sind und sehen, dass gekämpft wird, dann machen die alle mit. Ist ja auch an sich nicht verwerflich, aber für mich persönlich nimmt das einfach so ein bisschen den Spaß. Und ich glaube, ich werde jetzt in Zukunft anfangen, auf Servern mit Regeln zu spielen, wo halt Mixpacking verboten ist. Und dadurch werden dann die Dinosaurier automatisch so ein bisschen mehr separiert. Und ich denke, dann haben wir auch mal ein bisschen fairere und coolere Kämpfe. Weil ich bin ja zum Beispiel für das Spino-Video echt viel über die Karte gewandert. Und ich habe einfach keine anderen Dinosaurier irgendwo gefunden. Halt nur an diesen Hotspots wie dieses grüne Tal oder bei der Kraterwiese. Und da ist es dann halt immer so, dass sich so viele Leute einmischen. Und diese Massenkämpfe, die genieße ich irgendwie nicht so. Ich finde halt immer diese Begegnung, wenn ich zum Beispiel irgendwie auf den grünen Hügeln oder so bin. Und da kommt mir ein T-Rex entgegen und ich kämpfe dann eins gegen eins gegen den. Das finde ich immer richtig spannend. Aber diese Massenkämpfe irgendwie, das packt mich einfach nicht. Also schreibt gerne nochmal Server-Empfehlungen in die Kommentare. Ich werde dann beim nächsten Mal, wenn ich Path of Titan spiele, mir auf jeden Fall andere Server angucken. Für mich ist tatsächlich aber wichtig, dass das nicht zu komplizierte Regeln sind. Also wenn man da eine Million Regeln beachten muss, das ist mir einfach zu anstrengend zum Zocken so mal für zwischendurch. Und das soll es jetzt auch mit dem Spinosaurus gewesen sein. Ich hoffe es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Schreibt gerne in die Kommentare, welchen Dinosaurier als nächstes sehen wollt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi.